Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Heute spielen wir Rocket League und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins 4 vs 4 Chaos. Ich bin kein guter Spieler, das sage ich jetzt schon, aber ich habe schon früher mal Twitch-Highlights gemacht, wo ich auch Rocket League gespielt habe. Hier seht ihr mal ein paar Ausschnitte davon. Ich nehme ihn! Junge, diese Emma, die geht mir so auf die Daffen. Hallo, ich bin dein Mate! Jetzt renner! Nein, nein, dein Mate ist auch verkackt. Nein! Und ich muss sagen, ich fand sie sehr lustig und deswegen möchte ich jetzt mal ein Video machen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, wir gehen direkt in die erste Runde. Oha, es geht direkt in ein aktives Spiel. Ah! Ich werde direkt zerstört hier. Ah! Und den machen wir doch mal rein. Den machen wir doch mal rein. Warum hast du den nicht reingemacht? Ja, den macht er aber rein. Komm. Jawohl, sehr schön. Dann wäre ich jetzt aber auch schwer enttäuscht gewesen. So, und jetzt her mit dem Ball. Nein, oder? Nein! Ha! Nicht euer Ernst, Alter. Als ob die jetzt noch aufholen. Ah! Warum fährt der da hin zum Checkpoint, Junge? Was ist denn mit ihm? Hm? Fahr nach vorne mal hin rein. Alter! Alter! No way, dass der nicht reingegangen ist. No way! Ei, 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 ei. Komm. Ja, komm zu mir! Ah! Ich muss erst wieder einspielen. Ich habe monatelang dieses Spiel nicht mehr gespielt, aber ich hatte so Lust darauf, das mal wieder zu spielen. Folgen auch mal für YouTube und nicht nur für Twitch. So. Ei, 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 ei. Der macht ihn nicht auch nicht. Der hat jetzt das eigene Tor gemacht. Was ein Idiot. Der hätte ihn zuletzt berührt. Danach hat ihn aber noch mein Kollege hier, der Bidu. Der Vollhorst. Ja! Jawohl! Endlich! Das erste Tor heute. Perfekt. Nice one. Und jetzt komme ich. Aus dem Hinterhalt. Bam! Dann habe ich übrigens auch mal mein tägliches Tor gemacht. Immerhin. Ich habe auch mal was im Leben geschafft. Junge, ich werde die ganze Zeit nur zurückgeschleudert. Und ich bin Torschütze. Wow. Animal, halt die Schnauze da hinten. Nein, nein, nein. Danke. Wow, danke. Wow. Fuck, you're so wet. Halt mal kurz die Backen. Junge, ich finde das so lustig, dass Voice Chat wieder da ist. Shut up! Hau geht's, hau geht's. Bam. Erstmal weg damit. Ich bin überhaupt mal froh, dass ich den Ball getroffen habe. Äh. Ha, ha, ha. Äh. Ja, ja, ja. Ja. Very nice. Also, ich warte hier in der Mitte. Komm, spielen hier rein. Alter, was war das? Jawohl. Äh. Was soll das denn jetzt hier, Mensch? Hallo. Äh. Ich will einfach nur spielen. Dann hol ich mir jetzt hier den hier. So. Aber die Mitte damit. Warum ist da keiner? Boi. Äh. Äh. Dieser dreckige Baggy Mini 19. Ich mach den fertig. Pah. Ha. Er macht fast ins eigene Tor. Äh. Hey. Was haben die mal? Wollt ihr mich verarschen? Ja, 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 jawohl. Aber ich hab die Vorlage gemacht wenigstens. Immerhin. Ich hab mal was zum Spiel dabei getragen. Ah, diese Entstehung. Ja, wunderbar. Ha, ha. Jawohl. Ja. Okay, ich hatte grad kurz Angst. Sehr schön. 5 zu 2. Und ich hab auch mal wieder ein Tor gemacht. Bin ich ja immer sehr froh drüber. Da hatte ich kurz Angst, dass der GTO 034... Äh, 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 äh. Äh. Ich hab jemanden zerstört. Und ich hab das Tor deswegen nicht gesehen. War das ein eigen... Das war... Vom Prinzip her war es ein eigen Tor, Digga. Wie los. Ha, ha. Ich hab wieder eine Vorlage gemacht. Dieses Game ist so easy, Digga. Jawohl. Schön gewonnen. Ich bin Vorausplaner und Stürmer. Sehr nice. Jawohl. Sehr schön. Ich hab ein Tor gemacht. Warum sorry? Warum sorry? Warum spiel ich denn wieder zur Seite? Da, wo ich ihn hergeholt hab? Alter, ich hasse schon wieder meine Mates. Was war das denn jetzt schon wieder? Was macht ihr denn da? Jawohl. Noch ein Tor. Noch ein Tor. Oh, bitte geh rein. Bitte. Ja. Was ein geiles Tor. Nice. Junge. Jetzt bin ich so langsam eingespielt, oder? Oder ist das einfach nur Glück? Ich glaub, es ist einfach nur Glück. Ja, noch ein Tor. Ich hab bisher alle vier Tore gemacht. Alle. Nice. Schön mit nach vorne gehen. Aber auch immer schön auf den Ball achten. Und dann, zack, im richtigen Moment. Esa drin. Jawohl. Noch ein Tor. Schön Punkte sammeln. Da war ich erstmal so richtig, richtiger Fail einfach. Und dann, zack. Und wieder schön ins leere Tor. Okay, das war aber auch wirklich einfach. Wer hätte ich da daneben geschossen? Dann wäre es auch sehr peinlich. Ihr wollt mich doch jetzt grad verarschen, oder? What the fuck? What was that? Und wir sind Sieger. Sehr schön. Und? Ausnahmetalent Geschwindigkeitsjunkie. Ich wurde zerstört und hab instant ein Tor gemacht. Very nice. Ich bin einfach der Beste. Warum werde ich von meinem eigenen Team wegrammt? Was soll das? Wie soll das, wenn du verkackst hast, wenn du selbst von deinem eigenen Team verstoßen bist? Alter, ich raste hier gleich aus. Wenn ich hier nicht gleich nochmal einmal den Ball sehe. Was ist denn das hier, Schabier? Jawohl. Ausgleich. Jungs, Ausgleich. So, und ich bleib diesmal hinten. Safety first. Und wir haben einen Alf Kala. Was ein... Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, ich... Was hab ich für mich... Junge, was stoßt du mich weg, Junge? Ich bin in deinem fucking Team. So, jetzt läuchte ja auch dein Tor. Easy. Ausgleich wieder. Und jetzt krieg ich einen Schluck auf. Ja, 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 ja. Jawohl, endlich mal die Führung. Yeah. Und ich hab einen Schluck auf. Ich raste hier gleich. Digga, jetzt machen wir ein Tor. Jetzt hab ich irgendwelche anderen äußerlichen Einflüsse. Äh. Ich hasse einen Schluck auf. Wie, Sau. Ja, 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 ja. Alter, warum gehen die denn nicht rein? Ey, come on, Alter. Ich hol mir einen Booster, aber ich werde instant immer zerstört. Und ich raste hier gleich aus. Alter, nein. Als ob ich den nicht reingemacht habe. So sehen die Siege aus. Taktika und Ausnahmetalent. Ich hab immer noch diesen dreckigen Schluck auf. Das nervt ganz dezent beim Ausrasten. Alter. Junge. So nervig. Ey, Mann. Alter, ich bin in deinem Team. Ja, danke für nichts, du kleines Stück Sch... Hör auf, Stockhoff. Hör einfach auf, bitte. Nein, nein, nein. Och, scheißend. Dreck. Dieser scheiß Stockhoff, der macht mich so aggressiv. Jawohl, ich glaub, ich hab abgewährt. Jawohl. Glanzparade. Ey. Äußerliche Einflüsse und das Spiel selbst machen es mir echt schwer heute. Oh, fast eigentlich auch. Mann. Bitte macht ihn rein. Bitte. Ey. Nur weil er mich jetzt zerstört hat, der kleine... Ey, wollt ihr mich eigentlich verkackteiern? Was soll das? Ich rede nicht mehr. Äh, nein. oh Was going on by you Go in go in Junge was war das denn Aber mein kleines Kind zum ausrasten gebracht Endlich hat mir meine Interaktion mit einem fremden Spieler Das ist doch auch mal was Ey als ob er den jetzt nicht reingemacht hat Was ist denn mit ihm los Warum hast du den nicht reingemacht Das kann doch nicht wahr sein Ich warte ja immer noch darauf Dass ich einen deutschen finde Ich habe nicht mal jemanden gefunden Der richtig englisch gesprochen hat Wow toll Ich habe eine Vorlage gemacht Interessiert mich denn scheiß Denn das Game war bisher Richtig ranzig irgendwie Komm den mache ich rein Ach man War ja klar Dass ich den wieder nicht machen darf Ich bin schon wieder so salzig Warum spielst du den da hinten hin Was ist denn mit dir falsch Einfach nur ein bisschen vorne rumpeln Oder so ein Ding ist das Oder was Immer weiter drauf gehen Alter Immer schön Tore machen Ach als ob ich den nicht reingemacht habe Ich bin manchmal echt enttäuscht von mir selber Jawohl Ich habe auch einen Zoll gemacht Ach come on Digga Mann Alter Nein Nein Einfach nur nein No way Den hat er gar Oh mein Gott Junge Was ein Gott Ey Ich hasse es Ich werde so oft zerstört hier Und so oft gerammt Aber immerhin Wir sind dennoch Sieger Und ich bin Abräumer Und Spielmacher Nice one Dann würde ich sagen Wenn euch dieses Video gefallen hat Wenn ihr gute Stimmung hattet Oder Wenn ihr Spaß einfach beim Zuschauen hattet Gute Stimmung hat Lassst du gerne einen Daumen nach oben da Ihr hattet gute Stimmung Ich Nicht Tschüss Musik